Ausbruch Ja und damit seid gegrüßt zu Halo 5 Guardians Multiplayer in Partie Ausbruch und ich habe das jetzt zum ersten Mal hier gespielt, ich kenne das gar nicht so und wir müssen die Flagge erobern und dann die Flagge zu uns bringen, was ich jetzt verkackt habe total so oder das Team vernichten so, zack, den habe ich erwischt, verdammt ja, entweder müssen wir die besiegen oder die Flagge einstecken, aber da wurden wir jetzt einfach niedergemacht ja, das hat man ja schon mal gespielt, aber dabei, das war nicht so, aber das ist ja, die sind nur zu dritt, das ist ja jetzt das Schlimmste dran ja, kein Wunder also entweder die Flagge kassieren oder das gegnerische Team ausmerzen 4 gegen 3 so das haben wir ja schon mal 3 gegen 2 so der ist da hinten 3 gegen 1 und der müsste jetzt down sein oder er flüchtet wo ist er denn der kann doch jetzt uns hier nicht so uh Glück gehabt das war jetzt Glück und los geht's zack ja, das hoffen wir mal so, wir schmeißen jetzt die Granaten eigentlich finde ich, man sollte wirklich so zusammen da hinten laufen uh, 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 das könnte böse enden so so nein, 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 ich wollte rennen ahhh, ich wollte dieses rennen einsetzen, dass das jetzt wieder nicht geklappt hat ahhh, bin ich jetzt da vollkommen, ja, es wird jetzt natürlich nix der müsste jetzt einen da wenn er den wenigstens jetzt erledigen würde jetzt noch hinter ihm einer 1 gegen 2 du könntest es reißen, mein Freund noch eine Minute aber das schaffst du nicht können sogar auf Zeit spielen eigentlich das schaffst du nicht die würden sogar vielleicht sogar auf Zeit spielen, ja, bleib mal einfach hinten ja, da nein, und da rechts rechts, 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 da, da ist er, da ist er, da ist er, komm, erledige den rechts, komm, rechts, rechts, hinter dir, Junge da oh, hat der Glück, alter, hat der, aber das war auch können das war gut, aber ich darf mich nicht mehr so blöde anstellen aber das ist echt spannend so alles klar so sofort geht es hier los es gibt es doch gar nicht dieses es gibt es doch gar nicht dieses rennen geht mir am keks ich drücke rennen und er kommt erst mal nicht aus dem quark das ist das was mir tierisch am keks geht das hätte nichts sein müssen das hätte nichts sein müssen ja ich weiß ich brauche eine zeit bis das rennen losgeht und wenn es mal ein erwischt kopf schuss mäßig nämlich das mit und das hier ich bin der letzte überlebende ich krieg ein kind der war bestimmt dann gerade ich gerade ich dieser moment wenn alle auf dich zählen da war er gerade na komm na komm nein ich wollte gerade jetzt stand diese scheiß wand da geh das war doch jetzt voll zum kotzen da stand mir die wand ich könnte ich könnte echt oft übergeben 3 gegen 3 ich kotze wenn ich das schon wieder ja wenn wir zu rützeln ist ok dann akzeptiere ich das nein 2 gegen 2 nein nein komm schießt den jetzt um das wird nichts das wird nichts alter naja naja man kann ja nicht immer gewinnen doch ein verlust und das war es ja was soll man machen da ist die knarre ich krieg doch ein kind alter 3 gegen 2 3 gegen 1 so ein blauer ist da komm nein 3 gegen 1 da ist er mann der flüchtet da hinten systematische suche wird er die nein alter wo ist der wo ist der kollege von mir super gut dass er beim jetzt abgelenkt war ja aber die müssen einmal gewinnen dann war es das wir müssen das jetzt ziehen wir müssen das jetzt gewinnen das ist unsere letzte chance keine fehler jetzt ja wem saß er hat steh ich mich jetzt direkt hier hin weil die sich jetzt alle tümmeln was 3 gegen 1 3 gegen 1 perfekte Runde wie geil war das denn jetzt 3 Runde gewinnt alter das ist ja so spannend jetzt das ist so spannend durften er jetzt keinen scheiß bauen schickt sie zurück zur Grundausbildung komm machen wir dasselbe wieder so da tummelt okay das war jetzt scheiße da werden wir jetzt zügig rasiert komm 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 hier das war es musste nachlaufen aber es war nicht schlecht das war wirklich spannend muss man jetzt an der stelle sagen das war wirklich spannend nur drei abschüsse aber egal ja ich hoffe dass es in zukunft eigentlich immer so spannend bleibt hier bei halo 5 guardians wenn euch diese runde gefallen hat diese folge heute dann gibt doch ein däumchen nach oben für euren alpha chief genauso wie ein abo hinterlassen falls es nicht getan hat und wenn ihr mehr solche spiele wollt oder irgendwelche anregungen habt zu halo 5 guardians multiplayer schlachten partie dann schreibt es mir doch in den kommentaren ich werde es natürlich beantworten und ich verabschiede mich für diese folge euer alpha chief